ja da ist wrestler 1973 hell yeah zu sniper ghost warrior 3 so leute da aussen einfach liken kommentieren wer nicht macht so nüt jedem das seine jeder das seine oder fertig geräuchte ja nächstes haben wir hier aber dann haben wir nichts hier ist es zu ihr hier hier ausgeschaltet verstanden verzeihen euch Alle runter! Kein Ziel in sich! Begrenzung absuchen! Wie weit unten kommen wir eigentlich? Ah, so! Dort ist einer! Dort ist einer! Verdammt! Abscheinend graben Sie Ihre eigenen Gräber! Die Zeit drängt! Vier, oder? Schützen ausmachen! Vier sind es! Drei Schuss haben wir! Jetzt muss Jett... Stopp in der Verfolgung! Bleib in der Lärmbereitschaft! Verstanden! Sucht weiter und seid wachsam! Ich kann ihn nicht sehen! Ich kann ihn nicht sehen! Wir bleiben gleich in Deckung, bis es ein wenig rollt hat! Oder? Moment! Ein wenig bessere Position! Hier ist jemand! Verstanden! Setz die Patrouille fort! Ich kann ihn schädchen! Dann kann ihm sein, abonniieren! Wir lassen uns auf den Wegwuchs! Ich kann ihn gewinnen! Ich kann ihn nicht mehr alles... Das ist irgendjohann! Daher bin ich! Um! Um! Enteck'em! Wo ist er? Melden! Ich habe euch gesehen wie niemand. Verstanden! Untersuche und melde mich! Pssst, 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 pssst. Ziel aus dem Auge! Verstanden! Seid ab der Hut vor feindlichen Bewegungen! Verstanden! Verstanden! Geht's zur Hölle raus hier! Es sind immer noch Soldaten in der Nähe! Es ist zu riskant! Ziel bestätigt's! Roger! Schalte ihn auf! Nein! Ich kann nicht glauben, dass es verdammt nochmal so endet! Töten Sie mich nicht! Ich flehe Sie an! Bitte, nein! Ziele aus dem Auge verloren! Er ist irgendwo! Keine Einbringlinge in Sicht! Gebiet zauber! Es sind noch drei! Noch drei sind es! Noch drei! Ab ins Gewösch! Ab ins Gewösch! Ab ins Gewösch! So! Ab ins Gewösch! Ab ins Gewösch! Der nächste ist dran! Baby! Kontakt! Kontakt! Brauche Verstärkung! Verzeihet euch! Schhhh! 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 Konzentriere! 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 Ich kann ihn nicht sehen! Konzentriere! Ich kann ihn nicht sehen! Konzentriere! Wo ist er? Konzentriere! Wo bist du? Das ist ein Zivilist! Moment! Moment! Oh! 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 Moment! Irgendwo muss er hier sein! Ja! Dort! Und! Der ist jetzt weiter weg! Hier ist noch einer! Ich kann ihn nicht sehen! Mann! Er ist einfach verschwunden! In Deckung bleiben! Schhhh! Ganz vorsichtig! Vorsichtig! So! Pschhhh! Pschhhh! Nein! Nein! Hier ist niemand! So! Verstanden! Kehre zur Posten zurück! Dann kommen wir! Wir haben noch einen! Pschhhh! Ganz vorsichtig! Ganz vorsichtig! Pschhhh! 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 Was ist das hier drin? Ah, wir müssen auf der anderen Seite. Leute! Es ist spannend! Hier, das Gebäsch, Gebäsch! Pst, pst! Hier, hier, hier! Hier ist er! Trophäe erhalten! Krebsgang! Hier ist er! Yeah! Wuhu! Aussenbossen gesichert! Leute! Yeah! Oh, yes! So, Zivilisten, heute kann ich befreien! Pa, pa, pa! Pa, 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 pa! Pa, 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 pa! Hey, Baby! Ihr seid alle frei! So! Wo bist du? Hier? Das Gebiet ist sauber! Ihr könnt versuchen zu fliehen! Oh, danke! Wir werden nie vergessen, was sie für uns getan haben! Gerne geschehen, Leute! Dem sagt man Zivilcourage! Ja! Ja! Kennt man heute in der realen Welt auch nicht mehr! Zivilcourage! So ist das! So, wir müssen das Gebiet verlassen! Wo ist mein Auto? Hier! So! Und... weg sind wir! Yes, Baby! Was haben wir? Sniper Präzision 75% Vorher haben wir 100% Kopfschissen 4 Längster Schuss 89 Meter Ja, ja! Lydia! Lydia, hörst du mich? Ja, tue ich, John! Gute Arbeit! Es bricht einem das Herz! Die Leute werden wie Vieh ins Schlachthaus geführt! Aber dank dir leben sie weiter, um weiter zu kämpfen! Und du bist schon erfolgreich auf wichtige Informationen gestoßen! Die Rodge-Löwen sind zu uns gekommen! Ihr Anführer, Kuga Nemsatze, hat uns Ivan Khrushchev ausgeliefert! Er ist ein weiterer Top-Leugnant der Separatisten! Grausam, sadistisch, das pure Böse! Mehr wissen wir nicht über Thomas & David? Dass Informationen eintreffen werden! Ich bin mir sicher, dass Kuba sehr nützlich sein wird! Er ist einer der stärksten und engagiertesten Anführer! Sieht doch ganz schnucklig aus! Ach ja? Oh ja! Lass uns weiter die Befehlskette nach oben steigen! Laut Kuba findest du Khrushchev in der Siedlung! Ich vermute, es ist eines dieser Sowjet-Gebäude, das wie ein Gefängnis aussieht! Aber es ist ein Wohnhaus! Am Zerbröckel! Alt! Wahrscheinlich verlassen! Pass auf, wo du hintrittst, da könnten Sprengfallen rumliegen! Danke, ich... Spar dir's! Kann mir nicht leisten, sich jemand wertvollen wie dich da unten zu verlieren! Ja, genau! Ende! John, warte! Kuban hat seine Unterstützung bei der Suche nach Hinweisen auf Robert angeboten! Du hast ganze Arbeit geleistet, John! Ende! Ja, ihr lebt ja, Olivia! So! Mr. North, hier ist Kuban im Satze! Ich habe ihren Kontakt von unserer gemeinsamen Freundin Lydia Giorgatze erhalten! Ich möchte ihnen danken, dass sie unsere Brüder vor dem sicheren Tod bewahrt haben! Ich mag es nicht, Hilfe von außen anzunehmen, aber wenn sie den Menschen in Georgien helfen möchten, soll mein Stolz nicht im Weg stehen! Bitte treffen Sie sich mit mir! Ich sende ihnen meinen Aufenthaltsort! Gehe zu einem Ort, der mit... Um eine Nebesitz... Ja! Moment... Nein! Ich will jetzt... Ich will jetzt... Ich will jetzt... um ihn mal unten schlafen, da hier! So... ... Bett... Nö... Hier können wir dann nachher wieder den Laptop brauchen! Für die nächste Mission! Ähm... Ja, mich schließe jetzt mal Wachen! Zwei Vögel haben wir! Totengräber haben wir auch! Und jetzt Blockade! Annehmen! Yes! Hast du Informationen für mich? Eine neue Kategorie Ziele! Die Liste der meistgesuchten! Die gefährlichsten Monster unter den Separatisten! Es geht um grausame Kriegsverbrechen! JSOC will, dass sie bei Kontakt an Ort und Stelle beseitigt werden! Was ist mit dem ICC? Das ist der amerikanische Sinn von Gerechtigkeit! Erst chasen und dann Fragen stellen! Nun ja, ich weiß schon, was die Separatisten anrichten! Also habe ich keine Fragen! Folter und Tötung von Kriegsgefangenen! Vergewaltigung und Verbrennung von Zivilisten! Schrecklich! Das erste Ziel auf der Liste der meistgesuchten ist Ivan Khrushchev! Ivan Khrushchev, ja! Die Rodge-Löwen sagten, ich könnte ihn in der Siedlung finden! Die neuen Informationen lassen erkennen, dass er seinen Aufenthaltsort innerhalb des Komplexes wechselt! Er ist zutiefst paranoid und lässt sich immer von einem schweren Trupp eskortieren! Treib dich nicht herum! Nenn rein und wieder raus! Verursache so viel Schaden wie möglich und komm zurück! Mach ich! Ende! Ende! Ähm... Meistgesuchte... Peret... Sonnenbrauen... Also, die haben wir hier auf dem Foto gesehen, oder? Ähm... Moment... Schauen... Nö... Also, Leute! Ähm... Jetzt will ich gleich noch Horti... Ich brauche Munition, aber wie mache ich das? Waffenlager... Ich brauche für Sniper Munition! Ähm... Moment... Moment... Abbruch... Drehen... Schnell für Aktivieren... Schnell für Aktivieren... Ne... So... Mitte... Auf... Ah! Auffüllen! Yes! Also... Ähm... Wenn ihr... keinen Schuss mehr habt... Ähm... Könnt ihr eben hier das Waffenlager... Und dann... Könnt ihr... Ähm... Das Trüeg benutzen... Aber es wird nicht irgendwie angezeigt... Das Trüeg... Dann könnt ihr dann... Ähm... Sniper wieder... Ähm... Mit Munition füllen... Und hier haben wir jetzt... Ähm... Die nächste Mission... Die wir... Ähm... In Angriff nehmen... Nämlich... Mission Blockade... Aber... Wie wir... Die Mission Blockade... In Angriff nehmen... Sehen wir in der nächsten Folge... Holt dich Leute! Ich hoffe... Dass... Der Part hat euch gefallen... Und... Ich hoffe... Dass ihr Spass gehabt... Beim Zuschauen... Und... Und... Wir sehen uns... Beim... Nächsten Part... Ich bin weg... Euer... Wrestler... 1973... Machen's gut... Und... Bis zum nächsten Mal... Hell... Yeah... Und... Ciao...